willkommen hier zurück in hateno wir sind eigentlich auf dem weg richtung dieses gebäude da oben und ja es ist wahr ich hab sie gesehen tut mir leid bin im hateno institut wohnt ein junges mädchen ich habe dort ein mädchen herauskommen sehen die erwachsenen wollen mir nicht glauben aber ich habe da wirklich ein mädchen gesehen alles sagen dass dort nur ein alter mann eine alte frau leben und dass ich mir das schicke mädchen nur ein bilder keiner glaubt mir ich glaube dir aber wir wollen ja auch noch schließlich eine nebenquest hier in hateno solfen und zwar das mit den zehn ausdauerschrecken ja ich weiß ich tue mir das in diesen part jahren ist wahrscheinlich eine sehr dumme idee wir brauchen noch sieben ausdauerschrecken also ich mache mich mal auf die suche und natürlich mit ein paar mit ein bisschen hintergrundmusik also viel spaß beim zugucken also ich habe das hier in der ersten finde ich schön es ist ich glaube ich habe das auch schon hier ich bin er ich bin ich bin ich bin ich bin Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay, die 10 Ausdauerschrecken haben wir. Jetzt muss ich wieder diesen einen Typen da finden, der mir diesen Auftrag mir gegeben hat und ich glaube zu wissen, wo er sein könnte. Aber ja. Kümbel. Auch wenn's rücknet oder mitten in der Nacht, ich muss Wache halten. Hm. Was? Ich hab's mit. Du hast schon Ausdauerschrecken bei dir. Das ging aber schnell. Ich habe noch nie eine gefangen. Das sind mal die Ausdauerschrecken, die du gefangen hast. 1, 2, 3. Ja, das sind 10 Stück, glaub ich. Dann nehm ich die mal. Und du kriegst das 4. Hey, dankeschön. Gut. Den Rest werde ich dann selbst sammeln. Ich werde mich freuen, wenn ich immer glücklich werde. Ich kann's gar nicht glauben. Jetzt ist die Katze wohl aus dem Sack. Oh. Oh. Ich wünsche mich würde jemand lieben, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Spaß. Okay, nur ihr Zuschauer vielleicht. Nee. Ah, nur ein kleiner Witz. Ähm. In diesem Dorf müsste auch eine Statue der Göttin sein. Ja. Ich brauche unbedingt ein neues Herz. Bitte. Weil drei Herzen sind mir ein bisschen zu wenig. Okay, diese Szene kann man nicht skippen. Gut zu wissen. Gut, dass ich neben mir so ein Täfelchen Schokolade neben mir stehen habe. Bringe den Frieden nach Ilo zurück. Mhm. Ohne Heukabel. Aber unsere Waffen ist schissvoll. Da waren wir noch nicht. Sie pennt. Alles in einem Pen. na gut und diese uhrzeit ist auch kein wunder dann auf ins institut nach oben ich hätte es beinahe gesagt was das für ein gebäude ist aber mein kopf sammler hält sowieso nicht mehr viel aus also von daher sind du den firma hallo guten abend nachts wird ein kühles windchen was was machst du genau das wonach es aussieht ich passe auf die windmühlen auf also zusammen mit meiner liebsten zusammen aber nicht gleichzeitig verstehst du wir arbeiten sozusagen in schichten unsere liebe ist so stark dass wir uns nicht ständig sehen müssen sondern abwechselnd arbeiten können überhaupt sollte ich besser dich fragen was du hier mitten in der nacht machst ich bin ein einbrecher na gut dann erkläre ich dich hier mit offiziell verhaftet so sagt man doch oder ich will zu dem gebäude da oben hin lieber rotante oder wie du heißt ohne kuh apfel apfel nom 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 und hund also haben wir auch bei den stellen auch genug gesehen sagen wir fünf bogen bockbogen ein krock fächer wenn man bäume fällt entdeckt man bisweilen diese bundesamt blätter jeder schwung erzeugt einen starken windstoß der leichtere dinge müllos wind hinwegfegt ja gut ich hasse diese monster ja was machst du hier schon nicht so unschuldig sie ist allerdings nicht so aus als hättest du was damit zu tun am hartino strand treiben sich monster um die meine schafe stehlen deswegen stehe ich etwas neben mir und so weiter geht mit meinen schafen dann am hartino strand aber es soll dort und es befindet sich dort unten los geht's ja guten abend sag bist du ein reisender so aha weißt du ich hab da eine aufgabe und du siehst da was als wärst du genau der richtige dafür würdest du mir helfen komm drauf an ja also es tut mir im herzen weh aber ich möchte dich bitten tief im expa wald hirsche für mich zu jagen es gibt einfach zu viele von ihnen und sie zerstören den wald also erledigt erledigt er lege mit der innerhalb von einer minute so viele hirsche wie du kannst ok also sofort anfangen ich verlasse mich auf dich jetzt müssen wir so viele hirsche wie möglich ja innerhalb einer minute also jetzt kommt die peter hier gibt es kluglinge an lewitz er genialer kopfschuss fuck das war nichts dann läuft mir direkt in die arme dame hirsch ich habe vier hirschen gekillt oh gerade noch so ne aber das zählt nicht mehr das waren vier hirsche du bist kein schlechter jäger hier deine belohnung wir müssen die zahl der hirsche im alter hat er reduziert hilfst du mir wieder ne ok dann halt nicht dann werde ich mal vorschlagen das mit den Schafen zu machen und dann richtung dann den hügel der klim oh 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 ich sehe hier ein mini dungeon das könnte interessant werden dann wir kleiden erst mal mal ganz gechillte nach unten du willst also stress sashin kurz schwert ach ja die schwerter ich liebe sie einfach er ist so ein äh wieder so ein seerosen kreis ich glaube ich muss von da oben rein jumpen also gut aber auf jeden fall gibt es hier einen kreis bock zu entdecken das blöde ist aber man kann auch ein bisschen schummeln so wie ich es gerade getan habe hier ist alles erlaubt irgendwie auch das mogeln jetzt kommen alle so du dreckiger cheater gestern du bist es nicht wert zu geguckt zu werden sicher so oder auch ganz chillig da mal da runter zu fliegen ohne stress jetzt sind wir am strand dort hinten ist eine große insel lagerfeuer also ist es ganz chillig eigentlich und ich glaube das ist sogar der ort wohin wir gehen müssen gibt es krebse rüstungskrappen fuchs eine schwert krabbe da gibt es was zu einsammeln eine eichel hier am strand und was gibt es denn da oben sieht aus wie eine kokosnuss ist aber eine palmfrucht ok aber nicht auf jeder palme wächst etwas das ist auch im real life so nur auf bestimmten eichhörnchen wildsau also vorne und flora gibt es hier genug äh pflanzen tiere zu entdecken und auch gegner hier ist ein also was haben wir hier feines eine monster truhe und ein hoffen spinner der sieht bisschen stärker aus als die anderen bockblins wie machen wir das jetzt am klügsten wir müssen irgendwie ganz gechillt und oben irgendwie diese lappen da treffen scheiße der hat mich gesehen oh nein oh nein jetzt kommen sie alle jetzt kommen sie alle daher ähm jetzt habe ich ein problem jetzt habe ich ein ganz schönes problem äh fuck 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 the shit aber so könnte man das machen irgendwie versuchen zu oh gott einfach irgendwie versuchen zu kontern das ist der trick der ganzen sache die schwarzen sie sind die zwar stärkste variation oder version exa lanze stirb hat denn erstmal einen ganzen berg darunter schubsen hast du ein problem oder was starke exa lanze na 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 aber schon irgendwie geil wie ich entdeckt wurde von diesen lappen hm ich glaube es wäre auch vielleicht die exa lanze zerfricht gleich wir nehmen wir nehmen das rechte schwert dies mir aber ganz schön viele herzen ab das gefällt mir ganz und gar nicht du vermisst er mit dem kochlöffel warum habe ich den kochlöffel wenn ich hier eine geile starke excel anzahre jetzt mal im ernst reis herz ok da hinten ist ein schwarzer mob blind oder so ich glaube dass wir keine so schlechte idee den zu killen ich sehe dass er eine ganz schöne fette war fahrt mit schaffen so jetzt haben wir hier die monster truhe freigeschaltet und aber auch dafür eilt und hat das ein moblin herz erhalten sicher schön klipprig ein ruder mit es hängt grill edel wild und darum sich eine truhe so die grebe ich mir ganz kurz und ach so nee das waren das ist ein fester oh gott ich muss mir eine neue brille zulegen spaß ich habe ich noch nicht doch schwer kappe ja auf jeden fall verabschiede ich mich erst mal für diesen part ich gehe jetzt offscreen zu dieser einen zu diesem einen mädchen zurück ich hoffe es hat euch dieser part gefallen in ja lassen auch da wenn ich dann nicht dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder hinterläschen aufs heller bref auf der weile bis dann und ciao ja